Hallo und willkommen zum ersten Teil, dynamische Reports mit Verknüpfung zwischen Excel und Word. Nachzulesen wird auch alles sein auf theosblog.com vom 23. November 2013. Diese Reihe hier ist in mehrere Teile aufgeteilt. Ich werde in diesem Video nur zeigen, worum es geht, was das Ziel ist. In Teil 2 geht es um die Vorbereitung der Excel-Datei, damit ich dynamisch verbinden kann. In Teil 3 um die Word-Vorlage. In Teil 4, wie ich die Dokumente jeweils sicherer und von ihrer Datenquelle löse. Und in Teil 5 soll es darum gehen, die Daten dann auch mal woanders hin zu verschieben. Ja, schauen wir uns mal die Datengrundlage an. Ich habe hier 5 Werke und diese Werke haben hier Zahlen geliefert. BGS Typ 1, 2, 3. OGS Typ 1, 2, 3. Und ich habe so ein paar Koeffizienten ausgerechnet. Und das habe ich für jedes Werk gemacht. Jetzt habe ich hier auf der rechten Seite eine Verknüpfung über die Datenüberprüfung. mit den Daten links. Ich kann hier also die einzelnen Werke auswählen. Das mache ich mal. Ich klicke auf Werk 1 und sehe nun hier die Zahlen von Werk 1. So, schauen wir mal ins Word-Dokument. Ich habe hier ein Word-Dokument. Und in diesem Word-Dokument verweise ich auf Zahlen, zum Beispiel 0,218. Dieser Koeffizient steht auch hier. Ich gehe noch mal zu Word rüber. Ich habe hier die Daten. Werk 1, Werk 1. BGS, OGS. Und die Beschriftung hier unten auch. Ja, und die Koeffizienten. Und wenn ich jetzt in Excel ein anderes Werk auswähle, Werk 2, werden die Daten auf Werk 2 angepasst. Und die Verknüpfung zu Word, die werden automatisch oder per Aktualisierung erneuert. Hier die Daten von Werk 2. Und nun kann ich natürlich hieraus PDF-Dokumente erzeugen oder die Verknüpfung hier auflösen. Und die, ja, vielleicht 70 Berichte, je nachdem wie viel man da machen muss, die könnte ich dann einzeln als Word- oder PDF-Datei sichern. Also, darum geht es. Eine dynamische Verbindung zwischen einer Vorlage in Word und Daten in Excel, dass ich auswählen kann, welche Zahlen ich drüben sehen möchte. Der Rest soll standardisiert sein. Vielleicht werden hier dann die Texte nachher noch angepasst. Aber ich möchte nicht per Copy & Paste hier Hunderte von Grafiken hin und her kopieren und hier im Text die Zahlenwerte ändern. Das Ganze, ich drücke mal die Tastenkombination Alt F9. Das Ganze ist dynamisch verbunden mit der Datei, die ich hier, die Excel-Datei, die ich im gleichen Verzeichnis gespeichert habe. So, ich drücke nochmal Alt F9. Ja, und die Verbindung zu Excel kann man dann natürlich auch noch aufheben, dass hier die Grafiken sich nicht mehr aktualisieren. Viel Erfolg beim Nachvollziehen dieser Videos. Es geht dann jetzt weiter mit Teil 2 der Excel-Datengrundlage. Bis zum nächsten Mal.